Dann findet jede Menge Zeug, das verkauft man und kauft sich davon Ausrüstung. Anders könnte ich mein ganzes Zeug auch noch finanzieren im Moment. Ich brauche einen gewissen Grundsatz, wenn ich später kämpfen will. Das ist so. Okay. Übersichtskarte. Das heißt, ich gehe jetzt verkaufen. Beim Schmied. Und kaufe dann noch ein bisschen Ausrüstung zusammen. Und ansprechen. Und. Ausrüstung eurer Stücke. So. Den Dolch brauche ich auf keinen Fall mehr. Genauso wie das Messer. Und. Den Dolch hier erst recht nicht. So. Dann hat Raynor. Das. Die LED. Brauche auch nicht mehr. Äh. Null. Das Ding. Der Händler hat keinen Platz. Oh Gott. Kaufe ich was ab. Die Nanze. Haha. Ne. Zwei Schilde. Kann ich gebrauchen. Kauf beide. Dann kriege ich gleich ein Schild ausgerüstet. Und. Raynor verkauft das Ding. So. Hm. Mhm. Und den Dolch brauche ich auch nicht mehr. Gut. Okay. Ja. Große. Große. Ist kein Schwert. Moment. Ist das kein Schild? Wirklich so. Wartfall. Acht. Sieben. Den Säbel ist noch stärker. Das Langschwert. Das große Schwert. Und am stärksten ist die Lanze mit 18. Okay. Den besseren Bogen kann ich mir nicht leisten. Aber ich kaufe auf jeden Fall noch ein paar Pfeile für Raynor. Das ist wichtig. 74 brauchen wir jetzt nicht. Sagen wir mal 50. Ja. So. Da haben wir nämlich ein bisschen Munition vorrätig. Lebt wohl. Und mein Ursack 20 Minuten. Das heißt. Ach das heißt gar nichts. Hier. Südwind Clan. Ich werde jetzt das machen was ich vorhin vermieden habe. Schießt auf. Gehen durch. Wir gehen in den Keller. Ja. Warum habt ihr den Keller vermieden? Dort unten gibt es Monster. Das weiß ich jetzt schon. Und ich habe einfach keine Lust auf die zu bekämpfen. Bevor ich nicht. Drei an der Spitze habe. Und eine Fackel anmache. Ne. Die Fackel bekommt Tom. Der hat ja. Der hat ein Schild. Hat da kein Schild. Benutzen. Ah okay. Das ist das Inventar dann. Weil eine Besonderheit ist. Ist kein Sehen im Dunkeln besser als Menschen. Manipulieren. Uh. Ration. Lecker. Ah. Und ja. Was bringt uns der Keller? Plündern. Und zwar eine Menge Plündern. Viel Plündern. Mächtig Plündern. Aber darf ich vergessen. Die Pursstücke vom Raumschiff sind noch hier unten. Das heißt. Wir haben auch. Äh. Andere faszinierende Dinge parat. Da sind sie. Die Trümmer. Die meisten gibt es nichts zu plündern. Aber ein paar haben eben was. Nützliches. Ich will ja nicht verraten was. Ich will ja die Handlung nicht spoilern. Also. Oh. Bitte. Manipulieren. Triller findet einen Chronometer in den Metalltrümmern. Tom meint. Unglaublich. Diese Uhr ist noch funktionstüchtig. Ja. Eine Uhr. Uhr. Ja. Ich aktiviere die Uhr. Und jetzt haben wir. Eine Uhr. Haha. Was bringt das? Ganz einfach. Wir haben. Viele. Äh. Einrichtungen. Läden und so. Die nur zu einer bestimmten Uhrzeit offen sind. Und jetzt kann ich. Definitiv sagen. Wie spät es ist. Plötzlich passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Hinten stürzt die Decke ein. Als vorne die Wände in Bewegung geraten. Und von scharfen Klauen niedergerissen werden. Willige Pflanzenkonstruktionen. Ich erinnere. Raubtierhafte Kreaturen kommen aus der neu geschaffenen Öffnung und greifen an. Ein Einsturz. Und was sind das für Tiere? Sie sehen aggressiv aus. Passen Sie auf, Triskoll. Moment. 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 Wie so. Als Schutz. Okay. Hahaha. Ein Angriff. Und. Kampfmusik. Okay. Moment. Kann ich das machen. Runde starten. Also. Kampfsystemerklärung. Jetzt wird es interessant. Wir haben meine Einheiten. Die gegnerischen Einheiten. Ich kann meine Einheiten rechts anklicken. Also erstmal sieht man unten rechts. Hier so dann. Wie viel HP die haben und alles. Die Gegner sieht man. Das Grins heißen die Fischer. Stufe 1. Variante 1 oder so. Ich kann auf Charaktere rechts klicken. Und halte eine Auswahl. Was die Charaktere machen sollen. Nichts tun. Angreifen. Bewegen. Flüchten. Wenn ich auf Beobachten drücke. Sehe ich die Fischer. Je. Und. Im Hauptmenü komme ich ins Hauptmenü. Das will ich aber nicht. Gut. Im Moment bedeutet das. Angreifen. Kann ich nicht. Kennst du den Reichweite? Rainer könnte angreifen. Weil der fährt Fernkampf. Aber. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube wenn die Gegner sich jetzt bewegen. In der nächsten Runde. Bevor Rainer angreift. Das wäre die garantierte Fischer sind schnell. Geht der Angriff daneben. Das heißt alle werden nichts tun. Erstmal. Und Runde starten. Jetzt hat man gesehen. Die Animation ist durchgelaufen. Die Runde lief ab. Jetzt kann Trier angreifen. Tom bewegt sich. Erste. Könnt ihr eigentlich gleich so lassen. Und Rainer greift das Vieh an. Runde starten. Der Gegner greift an. Trier hat angegriffen. Nächste Runde. Ich mache wieder nichts. Die Viecher rücken auf. Trier greift an. Tom greift an. Instant kill. Doch nicht. Oh. Dann geht es weiter. Und die werden so fehl. Die treffen irgendwie nie. Tja. Tja. Gut. Hier muss zu gehen. Der Kampf ist gerade ein bisschen billig. Und nochmal. Und bam. Tot. Jeder Gefälder hat 40 Erfahrungspunkte. Rainer hat Stufe 5 erreicht. Lebenspunkte 15. Zusätzlich Angriff. Trainingspunkte 2. Angriffe bei Runde 1. Trier hat Stufe 5 erreicht. Lebenspunkte 25. Zusätzlich Trainingspunkte 3. Angriffe bei Runde 1. Was kann man noch sagen? Ich werde jetzt ein bisschen erkunden. Gegen Monster kämpfen. Müll durchsuchen. Plündern entsprechend. Pelze anschauen mir. Noch mehr Müll. Und einen Angriff erleben. Oje. Das ist ja so unfassbar spannend. Ich glaube das gar nicht. Nein. Angreifen. Und. Bäm bäm. Bäm bäm. Rainer bekommt den vollen Schaden ab. Und. Gewonnen. Und. Kampfposition ändern. Tom kommt. Hier hin. So. Und ich muss Rainer schon das erste Mal heilen. Das ist lustig. Trinken. Rainer. Rainer lernt ein Fläschchen mit grünemiligen Flüsschen nach etwas besser. Das hat jetzt so viel gebracht. Nehmen wir halt den Türkisen. Man fühlt sich sehr viel besser. Ja. Geheilt. So. Was haben wir hier? Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah. Das nervt halt. Man dreht sich immer zu den Monstern hin, wenn man angegriffen wird. Und danach verliert man die Orientierung. Was haben wir hier? Nichts. Moment. Übersichtskarte. Wo bin ich? Was bin ich? Hier ist irgendwo ein Durchgang. Der hier? Ah. Hallo ihr. Und das bewertet Prinzip. Tom knüppelt drauf. Knüppelt. Tod. Und jetzt knüppeln die zu zweit drauf. Und beide Handkörper gehen daneben. Tod. Punkt. Weiter. Hm. So. Nichts. Und. Ja. Was denn? Irgendwann muss es doch hier zu holen geben. Ja man sieht hier sind brüchige Wände. In dieser Stelle scheint die pflanzliche Wand brüchig zu sein. Tieferes ist hier das organische Material. Mit einem geeigneten Merkzeug könnte man hier sicher etwas ausrichten. Habe ich aber noch nicht. Noch nicht. Haha. Und ich muss gucken auf die Übersichtskarte war hier noch irgendwo. Müll. Wieder nichts drin. Das gibt es doch gar nicht. Ich hätte eigentlich mehr an Schätzen hier unten in Erinnerung.